um die Saale Kreis ja es ist ja schon dunkel, jetzt können wir schon mal gucken gehen also hier die Farnstange habe ich mit Clay gemacht damit das so ein bisschen metallisch aussieht hier oben weil ich das nicht mit Glow Stones machen weil das sieht dann so ungelb aus so unmaid-mechanes da habe ich das mit Facken vorsehen und hier habe ich halt hier so eine Glaskonstruktion gemacht, so ein Dreifachdach, also normal dann so eine Umrandung und dann das Dach mit Glas, dass man Tageslicht hat dann habe ich hier halt hier die Closedowns hin, das konnte ich hier dahinter nicht machen da habe ich das hier drüber gemacht, weil dahinter hätte man das hier drin gesehen dann kann man schnell mal wo doch guter Wollein Vielen Dank.